So, da geht's Mirage los. Da wurde ich mal gerade spontan vom Teamspeak des Typen gewandt, mit dem ich gespielt habe. Ich war ein Punkt hinter ihm. Er ist mein erster Heftigster auf Supreme. Sein Mate hat mega kacke gespielt, was schlecht ist er im Team. Und ja, er sollte mal annehmen, das ist fast genau so. Da pannt er erstmal an alle, er ist die beiden Randoms, die DMG waren. Mich als L.I.M. und sein Mate natürlich nicht. Der Mate war aber am schlechtesten bei uns im Team. Der Wahnsinn ey. Gut, man muss mit der Glock so heftig durchkommen. Na, da bannt er erstmal ey. Die Luga hat sie für 27 Jahre und 144 Tage vom Server gebannt. Das ist aber ein Identitätsban, das heißt ich komme wieder rauf, wenn ich eine neue Identitätsberstellerin theoretisch bin. Seitdem das IP abhängig, dann muss ich da aber eine neue IP und dann saube ich mehr. Mega ey. Mega gut ey. Da ist kein Gegner. Alter, er hat einfach ein Movement wie ein 12-Föger. AIM doch da rein, Mann. Die Fresse. Ja, er ist einfach 5. Also, er hat richtig keinen Plan eigentlich von dem Spiel. Er flasht einfach willkürlich. Aber er hat erst mal gebannt. Weil er wird viel geüblich. So, Bombe ist eh kurz. Geht doch kurz. Meine Fresse. Okay, ein offensichtlich extremes Bunnyhoppen, ne? Einmal hin. Vielleicht hat da jemand seinen Bunnyhopping noch nie richtig eingestellt. Oder ich weiß es nicht. Gewand, Alter. Ich war ja da gerade mega. Ich war einen Punkt hinter ihm am Ende vom Match. Das ist... BAN. BAN. Instant. BAN. Initial. Abrufe. Er will die Bunnyhoppager. Er hat die Bunnyhoppager eingestellt dafür. Manchmal kriegt er nämlich gut um Geschwindig ... Manchmal gibt es gar nichts. Das ist ein ganz komisches Skript. Mach einfach nicht drauf. Da kriegt er einen richtig guten Zuwachs und dann passiert gar nichts. Der Aimer hat einfach mitaimt. Der Aimer hat einfach mitaimt. Töte ihn doch einfach. Töte ihn doch einfach, meine Fresse. Du ranziger Spacko, Alter. Ja, er nimmt die Geschwindigkeit zu. Er wird schuld auch mega hart. Dann stirbt er noch. Gucken wir das mal schnell durchbauen. Ich habe ihm in die Fresse geschossen, weil er mir auf den Sack ging, Alter. In der letzten Runde. So. Ja. Bunnyhop. Schlecht eingestelltes Bunnyhop-Skript. Ja. 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 Broche. Ne. Ja. 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 Ich hab schon Bunnyhop gesehen und ich hab Warlegon Aimbot gesehen, weil ich Reiter schön wieder für so eine Wut sie sehen. Ich glaube ich leg mich gleich noch mal kurz in die Sonne. Oh Gott, das ist einfach so ein zähes Spiel, obwohl alle hacken gefühlt. Oh Gott, das ist einfach so ein zähes Spiel. Oh Gott, das ist einfach so ein zähes Spiel. Oh Gott, das ist einfach so ein zähes Spiel. Oh Gott, da kann man mich hören. Was? E-Rap? E-Rap-Jokes sind witzig. Ich hoffe auf ein schnelles Overwatch, weil ich kann jetzt mit dem, das sind sieben, sind acht, sind elf, sagen wir mal zwölf Minuten. Ja, das sind genau zwölf Minuten. Das sind acht, das sind neun dreißig, das sind sogar dreizehn Minuten. Ich brauch zwei Minuten Overwatch. Drei Minuten Crack müssen. Drei Minuten Crack müssen. Oh, da müssen wir vielleicht noch spielen. So, was schnell ist. Ehh, vielleicht ist das auch einfach so kacke. Ja, oh ja. Ja, oh sowas, sowas liebe ich ja. Solche Leute triggern, hoffentlich bitte sie auf einmal instant ein. Guck mal, die Flaschen noch scheiße. Und wenn hier abgesmoked wird. Jo, Aim-Mod. Ähm, wenn hier abgesmoked ist und die Flasche oben aufs Dach landet, hier oben drauf. Ja, hinter ihm oben auf dem Dach. Dann ist der Spot dicht und im Zweifelsfall brennt Coffins noch, dann kann der aufgehen. So, das ist, ich sag mal, in der Skill-Kategorie, wo in der Runde Leute mit dem Geld als Beständ nichts kaufen. So, wie er sich dachte. Die P-250 reicht mir. Was, wieso? Das Problem bei sowas ist ja immer, dass... Ja, die wollte er. Also, Warleg Aim muss wirklich mal spontan sagen. Oh, das ist doch so. Ich muss nur auf einmal hin und auf einmal hin. Ja, ich muss nur auf einmal hin und auf einmal hin und auf einmal hin. Oh, wer ist das? Oh ... Das ist ja alles so sympathisch. Der Kleid! Ist die wo auch seltsam? Los jetzt! Jetzt liegen die einfach in der Luft, weil... Alter, das ist pre-fire! Und dann kriegt er sogar noch Schaden, oder? Ist das ein bisschen kacke? War irritiert, oder? Ja, direkt raus damit! Alter, fucker, wir müssen langsam! Was, was soll das denn? Also ich würde jetzt spontan sagen, Wallhack, weil... Weil, weiß ich nicht. Weil, aimbot-technisch sieht das einfach nicht so aus, oder? Keine Ahnung, einfach... Ja, wir müssen viel... ...schneller fliegen. Hier ist die... Ah doch! Ich glaube, nur noch so schnell fliegt er nicht. Äh... Der A-M-Bot geht durch die Wand Du kannst mal sehen DaIIm Dum 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 Ich habe persönlch auch den Engel als Gegner umgesetzt Ich habe mich nur so gehalten und wenn ich nicht dahin gucke 3% Man hat sich gefühlt den Arm Aber er hat den Waffenbarrel gesehen, ganz klar, close angle, er steht auf Weiter weg 5 AWPs, Alter Och komm, mach doch einfach irgendwas Ich habe den Waffenbarrel Ich habe den Waffenbarrel Ich habe den Waffenbarrelang gesehen So, so Komm Naja, also Aim, ich würde nicht sagen, dass es Aim ist, weil Prefile einfach nur so extrem hart So, zack Das kriegen wir da reingequetscht Nein, ich will keinen Rankage 10-3-2-1-E-N-N-D-I-N-D-I-G-E-R-A-I-A-I-N-D-I-B-A-I-G-E-P-A-I-N-D-O-S-C-H-A-I-A-I-G-E-U-G-E-A-I-S-E-E-C-T-H-E-G-E-S-S-A-T-T-H-E-A-I-N-D-I-G-E-S-A-E-G-E-S-A-U-G-E-S-S-T-A-N-D-I-S-A-Z-A-I-N-D-I-E-M-E-A-I-B-E-N-G-E-I-S-A-I-S-J-E